Schau mir mal, was der gute Jules denn so rausgehauen hat. Mal gucken. Zack. Irgendwann öffnet man das erste Mal in seinem Leben. Seine Augen tritt durch das riesige Loch dieser Welt und wird geboren. Man macht seine ersten Schritte, besucht den Kindergarten, sieht die Natur, die Städte. Digger, wie lange, das würde mich so interessieren, denn wie viele Stunden schneidet dieser Dude diese Videos, Alter? Das muss so übertrieben viel Arbeit sein. Und findet heraus, wie unfassbar riesig und vielseitig die verschiedenen Orte unseres Planeten sind. Und je älter man wird, desto eher wird man mit den drei heiligen Gesetzen dieser Welt konfrontiert. Erstens, begib dich niemals in eine enge und tiefe Höhle. Du wirst dir sehr wahrscheinlich stecken bleiben. Don't fart. Klar, irgendwelche Kristalle und Stalaktiten sehen sicher wunderbar auf dem Instagram Profil aus. Aber alles, was einen eing... Junge, da kriege ich ja Platz, als wenn ich mir das Video schaue. Gang kleiner als Faustregel sechs Joghurtdosen hat, ist absolute No-Go-Zone. Ey, das... es gibt so widerliche Videos, ne? What are you doing? Me? Just hanging around. Du willst jemanden aus einer Höhle retten? Du musst erst einmal vorbei am Feuerloch der Verdammnis, dem Pfad, wo du deinen rechten Arm opfern musst. Den Raum, in dem dir ein Troll drei Quizfragen stellt. Den Gang mit den 30 tödlichen Indiana Jones-Fallen, die von der Decke hängen, bevor du jemanden halbtot kopfüber in einem Loch auffindest. Oh ja, es kommt alles zusammen. Zweitens, begib dich minimals an die obersten 5% der Erdoberfläche. Super Luigi! Es gibt einen Grund, warum dir auf dem Weg zum höchsten Ort der Welt rutschende Leichen entgegenkommen. Du willst nicht auf dem Mount Everest? Hier, bitteschön, genau dafür wurden Kameras erfunden. True. Aber ich hätte auch mal Bock auf den Mount Everest zu gehen. Einfach damit ich sagen kann, ich war auf den Mount Everest. Wie bitte? Das ist nicht das gleiche? Dafür sind wir noch am Leben und diese Liste von Leuten nicht. Hey Brian, Lust auf den Eiskotz? Und am allerwichtigsten, begib dich niemals unter keinen Umständen in die tiefsten Gegenden des Meeres. Einer war eine Lieblingsszenen mit dem Eiskotz. Neben der Joghurt-Szene. Meinst du, der Joghurt-Szene? Wir alle wissen doch schon bereits, was Wasser ist. Also warum sollten wir noch tiefer forschen? Was sollte schon mal rumkommen? Wasser 2? Wasser 2. Alles, was lecker ist, haben wir bereits gefunden. Ein Shrimp, eine Krabbe, lecker Thunfisch. Rapp, 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 rapp. Food, 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 frightened. Außerdem sind 94 fucking Prozent des ganzen Meeres auf dieser Welt noch unerforschtes Gebiet für uns Menschen. Weil an den Großteil kein Licht kommt und er deswegen eiskalt, extrem druckbelastet und gleichzeitig stockdunkel ist. Und in exakt diesem Unterwasserbereich, der für Besucher genau so aussieht, Tiere leben. Wie zum Beispiel, ein Fisch, der zwei leuchtende Eier als Gehirn hat und dich lustig anst... Dieses Fischgeräusch ist so geil, ich liebe dieses Minus. Boah! Der hier sieht aus wie ein Pokémon. Warum bist du so traurig? Warum bist du so hässlich? Warum bist du so aggressiv? Der hier wird dich töten, der hier wird dich töten, der hier wird dich töten. Der hier wurde Fußballfisch getauft. Tentakelmonster, Riesen-Tentakelmonster, Gigatentakelmonster... Ja stimmt, der Pfeifen unter... Hier, wie hießen die nochmal? Also Blauwale und... Oh, wie hieß diese Monsterkracke nochmal? Mann, da hab ich mir so viele Dokus drüber reingeguckt. Kalmare, Riesen-Kalmare. Elton Ring, Endbossgegner, gegen den du nicht im 1 gegen 1 antreten willst. Ein Computer-Gaming-Setup, wenn es ein Unterwassertier wäre. Dieser Fisch sieht so aus, als hätte er überhaupt keine Lust, morgen zur Arbeit zu gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir damals, als wir noch hässliche Fische waren, aus dem mehr gekochen sind, um uns weiterzuentwickeln, sondern weil wir fucking Angst vor dem hatten, was da unten noch so rumschwimmt. Doch wenigstens bist du dort unten sicher vor Menschen. Das ist wohl einer der wenigen Forger, die... W-was war das? Wir haben mitbekommen, dass du deine Steuern nicht gezahlt hast. Steuern hinterziehen ist eine Straftat. Aha, und wird mehr bestraft als alles andere. Diese Alien-Viecher sind so doll. Und außerdem, random Wasserexplosionen. Riesige Löcher, die dich einsaugen können und dich daraufhin zu einem Teil von Atlantis machen. Unter Wasser tauchen in Höhlen rein. Da würden mich keine 20 Pferde hinkriegen. Das aber vor allem, weil der Höhleneingang 3 cm groß ist. Immer noch nicht überzeugt? Okay. Es gab 1997 einen Sound mit dem Namen Bloop, der von Navy-Unter-Wasser-Mikrofonen aufgenommen wurde. Dieser Sound war einmalig. In einem Radius von 5000 Kilometern des Ursprungsortes zu hören. Einmalig 5000 Kilometer. Was ist so ein Fick? Du hättest nie beim Schnorcheln in Frankreich gehört, wenn der Originalstandort in den Buchten von New York gewesen wäre. Was? Das Problem ist, das Audioprofil weist deutlich auf ein Meerestier hin. Allerdings gibt es noch kein entdecktes Tier, was ein anatomisches Profil für ein fucking 5000 Kilometer weites Geräusch hat. Es ist so verrückt, ne? Es ist so verrückt, was es alles gibt, was wir einfach noch nicht kennen, ne? Und so wurde die Erklärung vom Bloop-Monster geboren. Was ungefähr so aussehen müsste, um dieses Geräusch irgendwie produzieren zu können. Viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal tauchen geht. Den Bloop-Fisch übrigens nicht zu verwechseln mit dem Bloop-Fisch, der Fisch, der oft als das hässlichste Wassertier unseres Planetens bezeichnet wird. Jungen, die Videos sind so unfassbar witzig. Atlantis hat bestimmt Krieg gehabt, daher das Geräusch. Kannst du haben? Naja, auf jeden Fall ist es somit nachvollziehbar, dass sich viele Leute denken, unter Wasser? Tauchen? Hm, nope. Boah, ich hätt so Bock mal zu tauchen, ne? Doch diese Regel gilt längst nicht für alle Menschen auf dieser Welt. Das hier ist der Unternehmer und Businessman Stockton Rush. In Fachkreisen wird er der Elon Musk der Tiefsee genannt. Doch lässt sich diese Beschreibung heutzutage positiv als auch negativ auslegen? Glauben Sie, dass ich Elon Musk bin? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen Ende eines langen Elon Musks und einem edlen Elon Musk. Oh man, dieses Elon Musk bin immer so schlimm. Sein Leben verbrachte er damit, verschiedene Dinge zusammenzubauen, zu konzipieren und sich als Ingenieur in die aufregende Welt des Fortschrittes zu stürzen. Einfach Barsch, wa? Er war ein Mann, der gerne etwas tiefer in die Themen eintauchte. Und so fand er mit den Jahren seine Begeisterung für die Unterwasserwelt. Und Stockton hatte einen großen Traum. Die NASA hat ja auch aufgehört, die Meere zu forschen. Die Frage ist, warum? Naja, also theoretisch ist das Wasser ja einfach nicht so interessant. Oder sie haben irgendwas gefunden und wollen es uns verheimlichen. Iiiiiiiiih. Mit den 94% der Tiefsee, die uns Menschen noch verwehrt bleiben, wollte er als erster Mensch die Reise in die Tiefen des Meeres zur Tourismusattraktion machen. Ist das nicht der, der das... Ja. Und, sind wir mal ehrlich, wenn du dich jetzt entscheiden könntest, einmal an den tiefsten Punkt des Wassers oder ins Weltall fliegen, äh, ich bezweifle, dass irgendjemand Wasser nehmen würde. Repituinen oder Pizzagate Atlantis-Version. Ja, jeder hat so ein Wasserlevel. Also ich würde eher ins Weltall fliegen als an den tiefsten Punkt des Wassers. Und dieser ganze Druck, da wirst du oben, gut oben wirst du schockgefrostet und so. Naja, das ist beides nicht geil. Dann sterbe ich lieber mit einem coolen Blick als irgendwo im Nichts unter Wasser. Was braucht man dafür? Richtig. U-Boote und massive Eier. Holy shit. Nun, Stockton Rush hat zuvor schon Flugzeuge gebaut. Ein U-Boot wird bautechnisch schon nicht allzu weit entfernt sein. Und so gründete er 2009 die Firma Oceangate, mit welcher er ab sofort die ersten Touristen für ein wenig Geld auf spannende und nervenkitzelnde Unterwasserreisen begleiten sollte. Touristen wie zum Beispiel Macklemore. Der für eine PR-Aktion sich mit Stockton Rush ein paar Haie anschauen durfte. Und ich meine, Haie angucken ist cool, aber das kann man auch ohne ein U-Boot. Er wollte mehr. Er wollte in Zukunft unter Wasserbasen bauen, wie man sie bisher nur aus Filmen und Spielen kannte. Kilometertiefe Tauchgänge, um die Geheimnisse der Tiefsee zu erforschen. Oceangate als Firma sollte herausstechen. Stockton Rush wollte alles. Ja, und dann haben sie einfach den... Äh... War das nicht? Rush wollte tiefer. Ja, ja... Das Wrack der RMS Titanic. Das legendäre Schiff, welches vor genau 111 Jahren mit Leonardo DiCaprio an Bord gegen einen Eisberg rammte und seitdem Kilometer weit unten auf dem Meeresboden ruht. Es hat Jahre gedauert, es zu finden und die meisten Menschen werden es wahrscheinlich niemals mit ihren eigenen Augen erblicken können. Boah, das ist aber awesome. Ey, aber stell mal vor, ihr bekommt das Angebot, mit einem U-Boot die Titanic angucken zu gehen. Ich würde es auch machen. Ich würde es auch, glaube ich, machen. Das ist einfach zu, zu interessant und zu doll die krasse Erfahrung, um da allein zu sein, glaube ich. Wenn man genau zuhört, hört man das alte Klavier noch klimpern. Die Schiffskapelle, die bis zum Ende spielte und seitdem als Geister um das Wrack der Titanic herumschwirft. Auf dem sandigen Boden die Artefakte von einem Ereignis. Ich sage ja, du kriegst das Angebot. Ich würde es machen. Ich hätte es gemacht. James Cameron. Ich wäre mit James Cameron gefahren. Der war schon am tiefsten Punkt. Und neben einer Kollektion von alten Tellern ein wertvolles Gemälde vom Eisberg und der Titanic selber. So romantisch. Stockton Rush wollte für einen Betrag von satten 250.000 Dollar Touristen auf eine U-Boot-Fahrt zu dem spannenden Wrack der Titanic begleiten. Und die Zeit lief ihm davon. Denn jeden Tag wird das Wrack von einer Art Bakterium aufgegessen und verliert somit immer mehr an Form. Das Wrack liegt auf einer Tiefe von ca. 12 Eiffel-Schirmen, 64 Fußballfeldern oder 9,3 World Trade Centern. Sorry. Und so werkte der Meisteringenieur zusammen mit seiner Crew an mehreren Uferen, welche den tiefen Druck von fast 4000 Metern aushalten sollten, um damit zahlreiche Interessierte zur Titanic zu befördern. Ich christenne mich Cyclops. Nachdem die meisten davon sich als nicht wirklich funktionsfähig für eine Reise zur fucking Titanic erwiesen, konstruierte er dann das bautechnische Meisterwerk, die Ocean Gate Titan, welche dann 2021 schließlich eingeweiht wurde. Und wie man erkennen kann, es klappte hervorragend. Ganze 90 Mal sollte sich die Titan mit einer Crew auf einer Reise zum Wrack der Titanic begeben. Der Ablauf läuft wie folgt. Man steigt mit einer maximal fünfköpfigen Crew in das U-Boot, an dem Gewichte dran sind, und taucht zweieinhalb Stunden lang zur spannenden Todesstätte von mehr als 1500 Leuten. Dann schwimmt man ein paar Stunden rum. Juhu, hier ein cooles Wrack, hier ein cooler Becher, hier die Knochen von Leonardo DiCaprio. Und damit der U-Boot-Kapitän auch weiß, wo er hin muss, kriegt er Kommunikationssignale wie geradeaus, rechts oder SOS, sende Hilfe, wir werden sterben, das Blutmonster greift an, an das Mutterschiff, an der Oberfläche. Wenn man genug gesehen hat, drückt man den grünen Knopf, pumpt die Flüssigkeit aus den Behältern raus, ersetzt die Gefäße somit mit Luft, lässt die Gewichte fallen, wird somit leichter und taucht wieder hoch. Yippie, Hurra, Stockton Rush hat ne Millionen gemacht und wir haben die Titanic gesehen. Es sollte wie ein stinknormaler Aufzug funktionieren. Von internationalen YouTubern bis zu Leuten, die Dokumentarfilme über die Firma drehten, bis hin zu Titanic-Enthusiasten, die nach dem Tauchgang in Tränen zusammenbrachen, waren alle möglichen Menschen dabei, um nicht nur die Firma weiter zu finanzieren, sondern auch den Ur-Roth-Tourismus bekannter zu machen. Die Explosion hat er hinzugefügt, oder? Stockton Rush wusste, er sitzt auf einem Monopol. Die Unglückstätte der Titanic war für ihn eine finanzielle Goldmine. Und ich muss schon zugeben, dass das Foto vom Macher der Simpsons mit der echten Titanic im Hintergrund wahrscheinlich ziemlich cool aus seiner mit Boomer geführten Facebook-Timeline aussehen muss. Stockton Rush überwältigte die Leute mit seiner Leidenschaft zur Titanic. In ihm brennte eine Flamme. Die andere davon überzeugte, selber mal bei so einer Reise mitmachen zu wollen. Und so plante man im Juni 23 eine weitere Expedition zur Titanic. Also hat das mal funktioniert? Ist der zur Titanic gefahren? Also runtergetaucht? Ein ganz normaler Sonntag. Diesmal haben sich vier andere Passagiere von der Idee begeistern lassen, die Titanic endlich mal mit ihren eigenen Augen sehen zu können. Der zufällig reiste Mann Pakistans zusammen mit seinem Final Fantasy 16 habe ich tatsächlich das Spiel. Anscheinend schon. Oh, das ist natürlich bitter, ne? Sohn, welcher vorher bei dem Guinness-Weltrekordverein ankündigte, 4000 Meter weit unten vor der Titanic einen Rubik's Cube lösen zu wollen, um damit einen Weltrekord zu brechen. Der französische Titanic-Experte und auch Milliardär Paul-Henri Nageolet. Und noch ein Milliardär, der Investor und Astronaut Hamish Harding. Wir sind exzentrische, reiche Säcke. Also gehen wir auf 4000 Meter runter und ziehen James Cameron die Hose runter, während er die Titanic erforscht. Ich mein, so eine Reise ist für Superreiche eine verlockende Sache. Der siebte Ferrari ist nach dem achten Mal fahren auch irgendwie langweilig geworden und der Privatschild hat nicht mehr den gleichen Charme wie früher. Also warum nicht einfach mal die Titanic sehen? Ja. Es war exakt 4 Uhr morgens auf hoher See. Sind wir ehrlich, hätten wir so viel Kohle, wir würden auch nur Scheiße bauen, oder? Ja. Als das U-Boot Titan mit seiner fünfköpfigen, gespannten Crew in die Tiefe zum Wrack der Titanic hinabtauchte. Und genau eine Stunde und 45 Minuten später Kontaktabbruch. Die Kommunikation vom Mutterschiff zum hinabsinken im U-Boot wurde gekappt. Fünf Passagiere, tausende Meter tief, gefangen in einem U-Boot ohne Kommunikation zur Außenwelt. Zusteuert auf ein Wrack eines Schiffes, welches hunderte von Menschen in den Tod gestürzt hat. Und als nach mehreren eingeplanten Pufferstunden die Kommunikation immer noch nicht hergestellt wurde, kontaktierte man schließlich die Küstenwache und die große Suchaktion ging los. Es sollte ein Wahnsinns-Abenteuer sein, herausgekommen ist ein Wahnsinns-Albtraum. Und dadurch drang die Nachricht schließlich auch zu den Medien durch. Und was daraufhin geschah, das erfahrt ihr nach der Werbung. Oh, heiliger Finanzguru, nachdem ich mir endlich die App heruntergeladen habe, habe ich jetzt drei ganze Wünsche frei. Ich wünsche mir einmal, dass Schildkröten sich nur noch auf einem Skateboard fortbewegen können, dass ich durch die Finanzguru-App großes Reichtum erlange und als drittes wünsche ich mir einen riesigen Cock. Oh, verdammt! Dank der Finanzguru-App weiß ich endlich, dass 63% meines Monatsgehaltes in Beyblades zu investieren keine gute Idee ist. Dank Finanzguru muss ich jetzt endlich keine Kerze mehr unter meinen Duschkopf halten, damit das Wasser warm wird, weil ich herausgefunden habe, dass ich 22 verschiedene Onifans-Fuß-Accounts-Abos auf einmal laufen lassen habe. Oh, wie bitte? Man kann Verträge auf einem Schlag alle über die App kündigen? Wow, das ist ja wunderbar! Die App ist bekannt aus Serien wie Höhle der Löwen, Donald Duck, Breaking Bad, Haus des Geldes, Lucky Luke, Hannah Montana, Phineas & Ferb, Fortnite, Minecraft. Wusstet ihr, dass 95% der Spielsüchtigen aufhören, bevor sie einen großen Jackpot gewinnen? Mit Finanzguru Plus kannst du z.B. tiefgehende Analysen darüber, wie sich dein Vermögen entwickelt hat, nutzen. Null Euro. Null Euro. Null Euro. Null Euro. Null. Wer auch immer da draußen diese Werbung gerade nicht schaut, hört auf meine fucking Werbung zu skippen. Null Euro. In der App sieht man alle Versicherungen auf einen Blick. Gott sei Dank habe ich mich gegen Gummieteneinschläge versichern. Hinterzieht eure Steuern jetzt auf keinen Fall mit der Finanzguru App, weil da sind alle Ein- und Ausgaben perfekt aufgelistet und das Finanzamt wird ein leichter… Wow, Jules, das ist mal wieder eine super seriöse Werbung, das segnen wir genau so ab. Hol dir jetzt die Finanzguru App und benutze den Code Jules, um Finanzguru Plus für ganze 3 Monate kostenfrei zu benutzen, für sehr viele atemberaubende Vorteile. Oh mein Gott, die App ist so gut. Ich ersticke… Werbung. Ende. Die Nachricht vom verschwundenen U-Boot erreicht also Stück für Stück die Medien und so kamen langsam ans Licht auf was für einem unfassbar riesigen Eisberg. wie dieses ganze Projekt eigentlich gebaut wurde. Oceangate shouldn't have been doing what it was doing. I think that's pretty clear. Angefangen mit der Konstruktion des Oceangate Titan U-Boots kamen Stück für Stück immer mehr Infos und Details an die Oberfläche und so entpuppte sich langsam aber sicher, was für eine absolute Shitshow dieser Mann da ablieferte. If that's your idea of safety, then you doing it wrong. Okay, wir spulen ein paar Jahre zurück. Nein, nicht zu dem allerersten U-Boot, was jemals gebaut wurde, sondern zu 2017 als Stockton Rush anfing dieses Prachtstück zu konstruieren. Nun, es kann sein, dass dieser Mann ein wenig geschlampt hat beim Bau von diesem wie ein Wal-Dildo aussehende Stück von Gefährt. Und jetzt darf er das Ganze auch noch selber ausbaden. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt. Also, holt eure Zettel raus, es wird Zeit für eine kleine Physikstunde. Als Material zum Bau von U-Booten nimmt man eigentlich Stahl oder Titanium, der sich bei dem Unterwasserdruck dehnen kann und womit baute er sein U-Boot? Kohlenstofffasern. Er meinte, er sei Innovator und erfinderische Menschen wie er müssten Grenzen überschreiten. Man würde sich an einen erinnern für die Regeln, die man gebrochen hat. Ja, das ist viel, oder? Ja, das ist viel, oder? Du weißt, ich habe einige Regeln, um das zu machen zu machen. Ich denke, ich habe sie mit Logik und gutem Engineering hinter mir verbrochen. Carbon, Fiber und Titanium. Es gibt eine Regeln, dass man das nicht macht. Ja, ich habe das gemacht. Es sieht ziemlich stark aus. Ich sollte eine Submarine auszubauen. Die Memes waren auch wild nach der Zeit, Junge. Brechen ist ein gutes Stichwort, denn das komplette Ding ist aus dem billigsten Material auf dem ganzen Markt gebaut worden. Billige Baurohre als Ballast. Teile wurden von Amazon und Camping World gekauft. Als würde man in den fucking Obi laufen und nach einer Abteilung für U-Boot-Teile fragen. Bist du dumm, du gottverdammter Hurensohn? Schrauben wurden in die U-Boot-Wände gebohrt. Auf ein Navigationssystem wurde komplett verzichtet, weil das mehr kosten würde und man dann nicht mehr die goldenen 250.000 Dollar Willy Wonka Tickets anbieten könnte. Das U-Boot wurde mit einfachen Kabelbindern repariert. Außenteile wurden teilweise mit Kleber zusammengedrückt. Das Glasfenster ist für 1300 Meter geeignet, soll aber bis auf 4000 Meter runtertauchen. Die Scheiben haben eine Stärke von 9 Zoll, sollten sie nachlassen. Heißt das in zwei Millisekunden Sayonara? Wie geht das? Dafür haben wir in Deutschland einfach den scheiß TÜV. Das wäre in Deutschland niemals passiert. Dafür hat unser U-Boot eine Toilette. Ihr wisst schon, Tourismus und so. Genauso wie im Flugzeughalt. Bei den essentiellen und wichtigen Materialien wurde gespart. Aber Hauptsache das U-Boot hat einen 40 Dollar Ebay Bluetooth Speaker, durch den man auf dem Weg zur Titanic coole Songs abspielen kann. Das hier ist die Inneneinrichtung von James Cameron. James Cameron auch einfach so ein Motherfucker. Das hier ist ein U-Boot von vor 40 Jahren. Hier noch ein U-Boot und noch eins und jetzt guckt euch diese XXL Ravioli Dose an. Eine aufmachbare Luke, durch die man rauskletschern kann, braucht er nicht. Sein U-Boot wird erstmal mit Hilfe von Schrauben von außen zugebohrt. Damit man sich danach in einer Art Vakuumkapsel befindet, um dann später von außen wieder aufgeschraubt zu werden. Das ist doch nur ein Haufen Schrott. Aus so einem Haufen Schrott kann man sehr viel machen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Einfach in die Erde und halt auf dem Weg nach unten. Ich spiele ein U-Boot. Es gibt zwar sieben verschiedene Wege, um wieder nach oben zu kommen, heißt jedoch auch, dass den Passagieren langsam der Sauerstoff ausgehen würde, wenn man sie nicht rechtzeitig findet, um das U-Boot wieder aufzuschrauben. Drake? Was? Wo ist das Türloch? Es ist gleich hier, es ist doch angezeichnet mit einem fetten Stift. Dieses U-Boot wurde unterirdisch schlecht konzipiert. Aber wie funktioniert das, Mann, dass das so funktioniert? Ach, ich blick das nicht, ehrlich. Das... das... wie? Es läuft mit Wasser voll. Das ist wunderbar zum Untertauchen. 2018 hat ein Mitarbeiter ihn auf die Mängel des U-Boot und zahlreiche Materialfehler hingewiesen und ihn davor gewarnt, mit der sogenannten Todesfalle von U-Boot in die Tiefe abzutauchen. Und was hat Stockton mit dieser Kritik gemacht? Er hat ihn gefeuert, hat ihn verklagt wegen Rufmordes an der Firma und hat daraufhin bekannt gemacht, dass er nur noch junge Leute mit genügend Imaginationskraft anstellen wird. Der hat ihn verklagt? Das muss ja passieren. Darf ich ihn nachschauen? Ist so. Das sind Bauarbeit dann passiert mit der Tür. Kamera mit schweren Geräten nicht durch. Wir müssen alles von vorne wieder... oh Gott. Keine, Zitat, 50-jährigen Weißen in seinem Unternehmen haben möchte. You'll see a whole bunch of 50-year-old white guys. I wanted our team to be younger, to be inspirational. Ja, stimmt, weil Erfahrung ist natürlich richtig dumm, wenn du ne Todeshalle baust. Die Marine Technology Society, das sind sowas wie die U-Boot-Experten-Giga-Chats, einen Sammelbrief an Stockton geschrieben. U-Boot-Experten-Giga-Chats, Digga, das ist eigentlich was für Dementio. Dass sein U-Boot kompletter Müll ist und er die ganze Industrie gefährden würde. Oh nein! Ich habe AirPods drin. Ich kann eure Kritik nicht hören. Ich tauche jetzt zur Titanic. Blub, 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 blub. Er hat auch als einziger Mensch... Haha, was du alle schaust? Das ist Jules, man. Junge, das ist ein Typ, der so kranke Videos zusammenschneidet. Das Video gibt 53 Minuten. Sein U-Boot nicht von irgendeiner Institution vorher prüfen lassen. Tatsächlich kann laut dem international geltendem Seerecht jeder sein eigenes U-Boot bauen und Fahrten damit anbieten. Und das ohne Zertifizierung. Was? Junge, ey, lass mal U-Boote bauen, nicht mit runterfahren und für 250.000 Dollar Fahrten zur Titanic machen. Wir brauchen eigentlich nur zwei, drei Fahrten, dann sind wir alle Millionäre. Oder wir machen ein großes U-Boot, schicken die Leute runter, die werden eh verrecken, juck nicht. Und wir kriegen das Geld. Doch lässt jeder, dem sein Leben wichtig ist, sein U-Boot natürlich trotzdem vorher auf Mängel überprüfen. Es sei denn, man ist der Meinung, dass man der moderne Jimmy Neutron wäre und sowas die Innovation versteifen würde. Weil das ist, wo wir mit Boeing und NASA und der Universität Washington arbeiten. Wir haben mit Aerospace, NASA und Boeing auf dem Design unserer Hull. Wie bitte? Alle drei Firmen verneinen die Zusammenarbeit? Seine Partnerschaft mit Boeing heißt nur, dass er vor Jahren mal Schrottteile von der Flugzeugfirma für sein U-Boot gekauft hat, welche auch noch über dem Haltbarkeitsdatum für den Einsatz in Flugzeugen lagen und deshalb für einen großen Rabatt an Stockton verkauft wurden? Oh nein! Lügner! Junge, was heile! Ach, vorher gefälschte Auslöse beschaffen. Nö, 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 brauchst du nicht, brauchst du nicht. Einfach einen Container und sinken lassen. Hä, nach internationalem Seerecht oder wie das hieß, können wir einfach ein U-Boot basteln und das losjagen. Wir lassen dir einfach vorher eine Verzichtsklausel unterschreiben, im Sinne von, wenn du stirbst, hast du selber Schuld und wir sind raus, Digga. Wie steuert man so ein U-Boot eigentlich? Ein Lenkrad, ein Kontrollboard mit hunderten Knöpfen drauf, wie in wirklich allen anderen U-Booten, die es auf dieser Welt gibt? We run the whole thing with this Game Controller. Come on! Ein kabelloser B-Klasse 30 Euro Amazon Logitech Controller. Logitech Video Game Controller! Get me out of this summer! Okay, und um fähr zu bleiben, Controller sind teilweise für große Maschinen tatsächlich der Industriestandard. Einfach, weil die meisten Geräte kaum bis wenige Inputs benötigen. Militärgeräte wie Drohnen und Roboter werden mit Xbox-Controllern gesteuert. Selbes gilt auch für riesige Bohrer und Baggermaschinen. Der Controller war wahrscheinlich das Bauteil gewesen, was am besten entwickelt gewesen sein muss. Doch hielt es Dockton Rush für unnötig, einen Notfallplan zur Steuerung einzubauen. Heißt, sollte besagter Controller mittendrin mal wirklich defekt sein, dann sind sie wahrscheinlich tot. Denn, wie sagte ein weiser Mann einst, ab einem gewissen Punkt ist der Sicherheit reine Zeitverschwendung. Ja, safe. Der Controller hat sich danach auch unnormal viel verkauft, glaube ich. Safety, this is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed. Alle vier Passagiere unterschrieben vor der Fahrt eine Verzichtserklärung, der auf das Todesrisiko und den experimentellen Charakter des U-Boot hingewiesen wurde. Genau so machen wir das, Digga. In dieser Erklärung kommt achtmal das Wort Tod vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde nicht mal für 250.000 Dollar in das U-Boot einsteigen. Und wenn ich diesem Mann und seinem U-Boot mein Leben anvertrauen würde, dann möchte ich nicht hören, dass das U-Boot einen experimentellen Charakter besitzt, sondern dass die Teile aus dem seltensten Metall der Erde in den Schwieden von fucking Mordor hergestellt wurden. Die 90 geglückten Fahrten zur Titanic, mit denen Feuer geworben wurde, ganze 77 davon wurden vor dem Erreichen des Wrackes, aus meist technischen Gründen, abgebrochen. In einer Fahrt haben die Passagiere das U-Boot in einen Stein gerammt. In der Fahrt eines YouTubers hat der Controller nicht richtig funktioniert. In fast jeder Fahrt wurde laut Berichten ein Geräusch gehört, was den Sound einer Pistole glich. Und wisst ihr, was das war? Die U-Boot-Teile, die Kilometer weit unten langsam aber sicher auseinanderrissen und die Materialien vom U-Boot zerbröckelten. Junge, die sind ja oft doch runtergefahren, ne? Tja, mein neues Handy hat wertvoller aus Metall als das U-Boot. Ist so. Aber Hauptsache das U-Boot kann in 3000 Metern Tiefe Despacito über die billigen Lautsprecher abspielen. Juhu. Hier, fahren! Oh, fuck! Jede Fahrt, die er bis dahin gemacht hat, war so, als hätte er vorher auf gut Glück ein paar Würfel gewürfelt. Nein, als hätte er bei jeder Fahrt russisch Roulette gespielt. Und das Schlimmste daran, es war ihm bewusst. The only way we were gonna be able to help humanity unlock the secrets of the ocean was to get past the regulations. Stockton Rush hat einen zur Titanic tauchenden Sarg gebaut und ihn für superreiche als eine Tourismus-Neuheit und Innovation der U-Bootindustrie verkauft. Okay, lebt euch rein. Dass das Ganze nur ein riesiges Stück Schrott ist, Sind aber hier gestorben, ja die letzten, die da mitgefahren sind, sind nicht wieder hochgekommen. Wurde den Passagieren mit Familien und Liebenden, die zu Hause auf sie warteten, natürlich nicht kommuniziert. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, dass die Passagiere sich vorher einfach mal informieren hätten können, warum 4000 Meter weit unten vielleicht nicht der sicherste Ort für ein Selfmade-U-Boot ist. Und deswegen gilt hier, wie fast überall, die Regel. Der Gedanke war einfach zu verlockend. Ein Tourismus-Konzept, bei dem man mit einem U-Boot verlässlich die 4000-Meter-Marke erreichen kann. Das riecht nach Geld. Es würde 50% des Planeten eröffnen. Das ist eigentlich nicht witzig, aber dass es da drunter gehört. Das wäre nicht nur ein riesiger Schritt für die Forschung, sondern würde es ihn innerhalb ein paar Jahre zu einer der reichsten Menschen der ganzen Industrie katapultieren. Und als das Internet zusammen mit den gemeinsamen Recherche- und Archivfähigkeiten, auch genannt Reddit und der Twitter-Timeline, wenn genau diese ganzen Infos vor sich ausgebreitet rumliegen sah, war der Schritt über diese unglaublich skurrile und dumme Situation, Memes zu machen, nicht mehr weit gewesen. Das war so heftig. Digga, ich habe so viele Memes und Videos und TikToks davon bekommen. Als dann auch noch rauskam, dass alle Passagiere ausschließlich super reiche Menschen sind, ist wirklich jegliche überbleibende Empathie auf Null gefallen. Ich meine, Milliardäre, die für einen riesen Haufen Geld in einen Sarg steigen, der von einem billigen Controller gesteuert wird, um sich die Ruhestätte von verstorbenen Milliardären anzuschauen und seit Tagen in tausenden Metern Tiefe auf ihre Rettung warten und sehr wahrscheinlich jeden Moment sterben werden. Es ist zu absurd, als dass man da keine Witze drüber machen könnte. Die legendäre Woche, in der das ganze Internet voll mit Memes über ein verschollenes und langsam der Sauerstoff ausgehendes U-Boot war. Ihr werdet sie mitbekommen haben, eure Oma hat sie mitbekommen, der einsamste Holzfäller irgendwo in Kanada hat sie mitbekommen, die Fische im Wasser haben sie offensichtlich mitbekommen. Die ausgeht Titan-Memes schien wirklich nahezu perfekt, in jedem einzelnen Checkpunkt von berühmten Internetereignissen der letzten 20 Jahre zu erfüllen. Die Gruppe von Leuten, die ihre Photoshop-Skills funkeln haben lassen und die Social-Media-Plattform wie verrückt mit Memes versorgten. Ich kann sehr gut mit Druck umgehen, auch ich. Das U-Boot in den Backrooms, das U-Boot in Bikini Bottom, das U-Boot und die Orcas, das U-Boot und das Seemonster. Es waren einfach zu viele, um sie alle aufzählen zu können. Natürlich haben die Simpsons vor Jahren mal eine Folge gehabt, in der ein U-Boot verloren geht und Homer langsam der Sauerstoff ausgeht. Es wäre einfach kein richtiges Internetgeschehenes ohne eine Simpsons-Folge, die das Ganze schon mal perfekt und akkurat vor Ewigkeiten vorhergesagt hat. Ein TikToker und andere Genies, die in einer komplett anderen Dimension lebten, weil sie in dem U-Boot-Ereignis irgendeine Art von größerer Verschwörung sahen. Die Rothschild-Ocean-Gate-Theorie und die Theorie, dass ihren Tod aus Steuergründen gefakt hat und jetzt irgendwo in den Strip-Clubs von Atlantis chillen. Es ist alles nur eine große Ablenkung von den wichtigen Dingen in unserem Leben, wie zum Beispiel Tauben oder dem Fakt, dass es wirklich Leute gibt, die Gartenzwege in ihrem Garten stehen haben. Vielleicht versuchen die News nur etwas von uns zu schützen. Big Chungus! Big Chungus! Yes! Big Chungus! Was hat das U-Boot bitte mit der flachen Erde, dem Malaysia Flug 370 oder Joe fucking Biden zu tun? Biden! Blast! Die Cosplayer, die sich das Ganze nicht zweimal sagen lassen haben und mit einem oder manchmal auch zwei Kostümen ihre kreative Ader zur Schau stellten. Jeder war der Meinung, dass er da unten locker überleben würde oder sich einfach aus der Lage befreien könnte, wenn er wollen würde. Warum steigen die nicht einfach aus dem U-Boot aus? Jeder war der Meinung, dass er die Passagiere da unten mit Leichtigkeit retten könnte, wenn er nur wollen würde. Jeder war auf einmal U-Boot-Architekt und Experte und wollte seinen kompetenten Senf dazugeben. Das ist das Schlimmste, ne? Die Leute im Internet, die niemand gefragt hat nach ihrer verkackten Meinung. Die einfach immer irgendeinen Durchfall rausholen, ob es bei Fußball-WM ist und alle sind Trainer, ob es bei irgendeinem Virus ist und alle sind auf einmal Doktoren und Co. Er ist einfach durch die flache Erde ins All gefallen und deswegen die Nase auf einmal Brümmel. Ja, genau. Ich bin ein Experte. Das Submarine tut. Ich bin auch ein Experte. Experte, Experte hier. Das sind Experte. Experte, Experte, Experte hier. Die Experte, Experte. Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach nur dies und das Teil und ein fucking Jetpack drangebaut hätte. Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach den Konami-Cheatcode eingegeben hätte. Das U-Boot würde überleben, wenn man Vin Diesel sagen würde, dass sich seine Familie gerade dort unten befindet. Regel 34 des Internets besagt, dass im Internet über jedes Thema Pornografie existiert. Auch über U-Boote. Auch über dieses U-Boot. How many men had she inside her? I think that's enough Internet for today. You, what the fuck is wrong with you? I nutted. Artworks vom U-Boot. Zahlreiche Filmposter. Comics von Boomer, die viel zu spät in irgendwelchen TV-Magazinen landeten. Spotify-Playlisten mit Songs, die man hören kann, wenn man auf dem Weg zur Titanic ist. Parallelen zu Games, in welchen das U-Boot ab jetzt durch irgendwelche Mods zu spielen ist oder nachgebaut wurde und, naja, in Rekordzeit zur beliebtesten Gaming-Map wurde. Lego-Nachbauten von dem Ocean Gate Titan U-Boot mit dazugehörender Titanic im Mittlergrund. Warum ist meine Hose kalt und nase? So stirbt Batman nicht! Und, äh, ich weiß nicht, was das hier ist. Wahrscheinlich ein Seifenspender oder so. Und der Controller. Oh mein Gott, der Controller. Mom said, it's my turn to pilot the submarine. Stockton Rush hätte einfach einen Guitar Hero Controller mitnehmen sollen, um dann die berüchtigte Highway-to-Hell-Kombo spielen zu können, damit das U-Boot wieder hoftauchen kann. Hey Leute, was sagt ihr zu meinem Controller für mein U-Boot, was ich bauen möchte? So bitte, Mr. Krabs, ist wieder ganz wie neu. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Stockton Rush... Falls das Bloop-Monster kommt, schießt es einfach mit der Nintendo-Zapper-Pistole ab. Das ist so, das ist so komisch, ne? Das ist so surreal, dass sowas überhaupt passieren kann. Stell dir mal vor, du bezahlst 250.000 fucking Dollar, gehst in ein U-Boot, was klein ist, mit 5 Leuten, was echt eng sein wird, und dann holt er den Controller raus. Junge, ich hätte den so kaputt geschlagen in diesem U-Boot und hätte mein Geld wieder genommen. Rush hat wahrscheinlich schon längst geraged und seine Controller geworfen und hat aus Versehen das Fenster getroffen. Deine Eltern sind Geschwister! Räckige Ohren, Tony! Warum funktioniert mein Controller nicht? Ich habe die Anleitung genauso befolgt, wie es dieser schlaue Mann gesagt hat. Wenn man diese ganzen Memes von 4chan, Reddit und Gott weiß woher, in einem zeitlich sinnvollen Zusammenhang in Form einer Geschichte erzählen würde, sich zufällig die Mühe machen würde, das Ganze zusammenzuwirken, dann würde diese Geschichte genau so aussehen. Ja, ist okay, das f*** ich dir recht. Alles fing an mit einer Explosion und sechs Passagieren, von denen einer der geheim versteckte Saddam Hussein war. Auf dem Weg zum Wrack begegneten sie einem in Low Quality drehenden Fisch und zahlreiche Katzen im Taucheranzug. Alle waren sich einig, dass Docton Rush schließlich einen Stickdrift mit seinem Controller hatte. Und so sind sie in einen anliegen Stein geklappt, was ein großes Loch im U-Boot hinterlassen hat. Doch craftete er schnell mit dem Holzwasser mitbachte zwei Minecraft-Schilder und platzierte sie so, dass das Wasser nicht mehr reinfließen konnte. Schließlich erreichten sie das Wrack und sahen dort die urahnen Geister der Titanic, mit denen sie dann zusammen ein Fortnite-Chuck-Chuck tranken. Die Titanic-Geister hatten jedoch große Probleme damit, das Konzept von Blockchain und Fortnite zu verstehen. Und so machte sich die Crew wieder bereit für die Heimfahrt. So muss ich wieder anfühlen. Und so haben sich Redditor zusammen mit Aquaman auf die Suche nach dem U-Boot gemacht. Doch wurden sie abgefangen von Nautilus aus League of Legends, der einen Pentakill machen wollte. Und so weichten sie aus und crashten in zwei zufällig direkt nebeneinander stehenden Wolkenkratzern aus der naheliegenden Unterwasserstadt Ohio. Gott sei Dank haben sie gerade so überlebt. Doch langsam ging der Sauerstoff aus und sie verlierten Stück für Stück schmerzhaft ihre Lebensherzen. Sie haben sich dann noch aus irgendeinem Grund gegenseitig gegessen. Und ab da sah der letzte überlebende Tadeos Tentakel nur noch schwarz. Das U-Boot wurde nach zwei Tagen schließlich am Strand angeschwemmt und das Rettungsteam eilte sofort zur Hilfe, um es zu öffnen. Heraus kam, ich habe mir das nicht ausgedacht, Leonardo DiCaprio mit Zombie-Make-up und sagte die Worte, Rose, du hast mich getötet. Ja, ihr hört richtig, das ganze U-Boot-Ding war nämlich nur ein Publicity-Stunt für den kommenden Film Titanic 2. Jack is back! Jack is back! Jack is back! Titanic 2 gibt es, by the way, ich weiß. Es gibt einen richtig coolen Doku-Film über die Titanic. Der heißt Geister der Titanic, glaube ich. Der war ziemlich gut. Okay, und um wieder zurück zur echten Geschichte zu kommen. Es sind mittlerweile zwei Tage vergangen, in denen die Passagiere Ja, aber das ist, das ist wirklich next level schneiden, ne? Also, das ist schon böse. Klopfzeiten, ne? Ab dem Sonnenaufgang des 20. Junis hörte man in regelmäßigen Abständen laute und erkennbare Klopfgeräusche, welche auf einen Hilferuf der Passagiere schließen können. Und so wurden noch mehr Suchtrupps ausgesendet. Von der US-Küstenwache bis zu der Navy, der Air Force, der Kanadischen Küstenwache oder der Nationalen Luftwache waren keine Ressourcen zu schade, um das U-Boot zu finden. Seeaufklärungsflugzeuge, die nach einem eventuell aufgetauchten U-Boot an der Oberfläche suchten. Sonarbojen, die ins Wasser geworfen wurden und die Gewässer nach Objekten abscannten. Natürlich kann man auch auf die Idee mit anderen U-Booten zusuchen, doch das einzig verfügbare U-Boot zu der Zeit, was ebenfalls in solche Tiefen abtauchen kann, gehört, ob ihr's glaubt oder nicht, dem König von Steam, Gabe Newell. Wait, is that Gabe? Come on, not every dude with a beer. Hi, this is Gabe. An der das U-Boot wahrscheinlich gerade gebraucht hat, um in irgendeiner geheimen Marianengraben unter Wasserbasis Half-Life 3 zu entwickeln, damit es nicht nochmal ein Jahr vor Release geleakt wird. We're almost there, Freeman. Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge wurden eingesetzt, die den Ozeanboden nach dem U-Boot absuchten. Victor 6000 zum Einsatz kommen, wer ist Victor 6000? Unglaublich viele Schiffe, die sich in alle möglichen Richtungen aufteilen, alle auf der Suche nach einem nicht-ortbaren und nicht-identifizierbaren Klopfgeräusch. Das ist schon scheiße. Natürlich kam das überselbstbewusste Internet auch mit eigenen Ideen an, um irgendwie das U-Boot zu retten. Man soll den kompletten Ozean einfach aussaugen lassen. Das U-Boot konnte durch das geniale Internet gerettet werden. Das Gesetz der Anziehung. Milliardäre, ein zwölfjähriges Mädchen, es taucht wieder hoch. Natürlich war das ein Post von 4chan. Also ist mit Banging-Neuses wirklich Fick-Geräusche gemeint gewesen, um sich gegenseitig warm zu halten? Ja, der pakistanische Milliardär wärmt seinen Sohn herzerwärmend in den Ehr, ihn brutal und trocken in den Arsch fickt. Die anderen sitzen drum rum und stoppen rasch hältst in Kontrolle und macht Autogeräusche. Eine Theorie war auch, dass die Killer-Orcas hinter dem Ganzen steckten, welche schon Monate zuvor mehrmals die Herzen des Internets eroberten, weil sie zahlreiche Fischer-Bootsche angegriffen hatten. Gleichzeitig gab es auch noch einen kleinen Zwischenskandal, weil der Stiefsohn von einem der vier Milliardäre, die an Bord waren, nicht gerade sensibel auf das Verschwinden seines Stiefvaters reagiert hat. Milliardär kämpft ums Überleben. Sein Stiefsohn flirtet mit Onlyfans-Model. Milliardärs Stiefsohn geht lieber zum Rock-Konzert. Was soll er tun? Sein Stiefsohn? Sein Stiefsohn? Sein Stiefsohn? Sein Stiefsohn? Sein Stiefsohn? Als nach vier Tagen immer noch nichts gefunden wurde, waren es nur noch Stunden, bis dem U-Boot der Sauerstoff ausging und so wurde das Suchgebiet verdoppelt. Sonarschleppbojen. Es wurden Hightech-Suchgeräte eingeflogen, die auf den ersten Blick an irgendwelche Raumschiffe aus Star Wars erinnern. Die Medien und das Internet waren derweil damit beschäftigt, Timer für den Sauerstoff einzustellen und sich von den gefühlt 20 gleichen U-Boot-Witzen zu langweilen. So sehr, dass Leute in den Kommentarspalten anfingen zu zählen, wie viele Memes sie darüber heute schon auf ihrer Timeline hatten. Das ist so ein gutes Meme. Okay, wir haben es verstanden. Ihnen stand das Wasser bis zum Hals. Die Leute, die darüber Witze machen, sind ja so tief gesunken. Stockton Rush kann nicht mit Druck umgehen, doch bitte lasst mich jetzt wieder normale Memes angucken. Und so vergingen die letzten Stunden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ein U-Boot mit fünf Milliardären irgendwo auf dem Weg zum Wrack der Titanic feststeckte und mitten in der Dunkelheit der Tiefsee Stück für Stück an Sauerstoff verlor. Willkommen auf der Titanic. Nach exakt 111 Jahren nahmen die RMS Titanic fünf weitere Menschen mit in ihr Grab. Keiner der fünf Milliardiere hat überlebt. Werner dessen? Fuck him, weißt du dir das? Oh Mann, Digga, Kiki. Nun, die Story so vor sich ausgelegt, klingt an sich ziemlich glaubwürdig, doch entspricht sie nicht ganz der Wahrheit. Da die Medien gefühlt im Sekundentakt neue Artikel darüber veröffentlichten, was denn jetzt mit dem U-Boot passiert sei und somit einige Falschinfos wie angeblich geleakte Kommunikationstranskripte oder Oh mein Gott, sie haben den Controller gefunden im Umlaufwaren, wäre es vielleicht mal an der Zeit ein bisschen aufzuräumen und sich anzugucken, was genau passiert ist. Das U-Boot verlor nach zwei Stunden den Kontakt zum Mutterschiff. Die Leute in der Kommandozentrale warteten ganze acht Stunden, bis man das vermisste U-Boot meldete. Warum so lange? Nun, es rückt die Firma nicht in das beste Licht, wenn man einen vermissten Fall melden muss für Investoren und zukünftige Passagiere eine dicke rote Flagge. Man hatte wohl sehr lange gehofft, dass es nur eine kurzzeitige Unterbrechung war und für den guten Ruf gingen sie über Leichen. Nachdem nach mehreren Tagen der angebliche Sauerstoff ausging und die Suchaktion vorbei war, berichtete die US Navy auf einmal, dass man zufälligerweise ein Geräusch, was einer Implosion glich, bereits zwei Stunden nach dem Abtauchen aufgenommen hatte, aber sich nicht sicher war, woher das Geräusch kommen würde und die Leute trotzdem tagelang suchen lassen hat. Was übrigens auch damit zu tun hat, dass sie nicht verraten wollten, welches streng geheime Militär-Technologie-System das Geräusch so schnell aufnehmen konnte. Heißt also, das U-Boot ist implodiert. Woher man das weiß? Nun, das hier war der Kameramann und hat somit als einziger Überle- äh, nein, ganz simpel. Es wurden nach ein paar Tagen Wrackteile des U-Boots durch einen Suchroboter gefunden und spätestens dann war klar, was passiert war. Die fünf Passagiere tauchten am frühen Sonntagmorgen hinab. Das Material hat, nachdem es schon über mehrere Monate hinweg beschädigt wurde, den extrem starken Außendruck nicht mehr standgehalten. Siebte Klasse Physik, Außendruck stärker als der Innendruck und das U-Boot ist implodiert. Okay, und was genau heißt implodiert? Hit this explosion. Just backwards. Viele Leute hatten anscheinend ziemliche Probleme mit dem Begriff, denn einige Internetnutzer hatten sehr interessante Vorstellungen davon, was passiert, wenn der Druck von 308... Mit wem haben wir gestern letztes nochmal nochmal über Headsets gesprochen, weswegen ich kein Headset mehr trage. Wenn der Druck von... Deswegen trage ich kein Headset mehr, Digga. 380 Bar oder die Last von 100 fucking Elefanten auf einen stößt. I'm doing this with my mind. In case you're wondering, this is all telekinesis. Nein, so sah das nicht aus. So, auf keinen Fall. Das hier ist nett animiert, aber auch falsch. Diese Bildanimation verdeutlicht den dramatischen Moment, als die Hülle des Minitauchbootes auf dem Weg zur Titanic implodiert. Wow, schöne Animation für 2003. Hier, hier ist ein Metalltank, der implodiert. Okay, das sieht schmerzhaft aus, ist aber nicht mal ansatzweise so stark, wie der Druck, der an 3000 Metern Tiefe herrscht. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt da drin und die Kraft ist ca. 400 mal so schnell und so stark. Und jetzt schaut euch an, wie ein Körper, der durch gerade mal 90 Meter unter Wasserdruck komprimiert wird, darauf reagiert. Das U-Boot implodierte tausende Meter tief. Das muss so schnell gewesen sein. Tod. 20 Millisekunden. Der Körper wird pulverisiert, bevor das Nervensystem überhaupt wahrnehmen konnte, was passiert war. Was übrig bleibt, ist eine Suppe. Das ist aber das einzige Positive an der Geschichte, dass die so schnell gestorben sind, die ihnen gar nichts mitgekriegt. Aus Menschenteilen und große Überreste des U-Bootes, welche danach noch mühevoll geborgen werden konnten. Die Implosion war so stark, dass die Passagiere von einem auf den anderen Moment einfach aufhörten zu existieren. Was ist das Rote, was da austreckt? Konfetti. Could have helped them instead of just recording. Deutsche Arbeitgeber fragen, ob man morgen trotzdem zur Arbeit kommen kann. Doch, Moment mal. Wenn die Ocean Gate Titan nach zwei Stunden implodiert ist, was war dann das Klopfgeräusch am dritten Tag? Die am weitesten verbreitetsten Theorien sind, dass es Geräusche vom Wrack der Titanic waren oder dass Tiere in tausenden Metern Tiefe diese Geräusche produziert haben. Doch, sind wir mal ehrlich. Wir wissen alle ganz genau, welches Ungeheuer hinter diesem Sound gesteckt hat. Was verraten? So ne gute Folge. Danach wurde Ocean Gate als Ver- Wie hieß nochmal der Zerackfleischhackende Zeracker? Mal geschlossen. Die Spuren der Tragödie wurden versucht zu verwischen und der YouTube-Kanal wurde runtergenommen. Die Tiefseeindustrie und alles, was auch nur ansatzweise mit U-Booten zu tun hat, ist danach so gut wie ausgestorben. Einfach, weil jetzt keiner mehr freiwillig in ein U-Boot steigen möchte. Was wiederum auch heißt, dass wir die Tiefen des Ozeanes für die nächsten 50 Jahre erstmal nicht genauer betrachten werden können. Hm, hab ich kein Problem mit. Der Mitbegründer von Ocean Gate kam dann auf die geniale Idee, sich anstatt dem Meeresboden dem Venus zu widmen. Did you know? The only reason we are unable to live on Venus is because we would fucking die. Ich mein, U-Booten bauen kann er. Also, äh, so, so halb. Raketen werden da ja nicht so weit entfernt sein. Was für ein Schaden, der Typ hat angerichtet, hat krank. Ja. Er sagt, Innovation muss Barrieren durchbrechen. Barrieren durchbrechen? Das kennen wir doch irgendwoher. Und hier musste ich wirklich 20 Artikel darüber lesen, um sicher zu gehen, dass der Typ das wirklich ernst meint. Don't worry, his rocket is safe. He made it out of oil and paper this time and uses the Spongebob-Controller for steering it. Die ganze Sache hatte außerdem ein paar lustige Side-Effekts. My Heart Will Go On landete auf einmal wieder in den Billboard Top 100, nachdem Leute anfingen durch den U-Boot-Inzident den Song wieder zu streamen. Boy. You've got me, you've got to shit. Mathe- und Physiklehrer haben jetzt ein weiteres Szenario, was sie in ihre Aufgaben einbauen können, welches nicht einen Mann beinhaltet, der 5.000 Bananen kaufen möchte. Logitech erhöhte den Preis für den Controller nach der Tragödie, einfach weil Angebot und Nachfrage und das Produkt hat auf einmal einige interessante Reviews dazu bekommen. Und auch das Spiel Iron Lang, in dem es um ein klaustrophobisches U-Boot geht, kriegte auf einmal überraschend viel Liebe vom Internet ab. Input Funny Rich meant dying in the Sub-Joke here for the one millionth time. Thurman wie Subway mit ihrem Werbeschild, Mediamarkt mit einem Patroller-Angebot und zahlreiche andere waren sich alle nicht zu schade, die ganze Sache irgendwie zu vermarkten oder darüber Witze zu machen und werden genauso wie die meisten auch deswegen wohl in der Hölle landen. Ich fühle mich jetzt viel zu alt, wieso, Hades? Wow, danke Pornhub, dass sie mir zeigt, dass das U-Boot 15.000 cocks tief implodiert. Sony und Honda stellten außerdem vor kurzem ein E-Auto vor, welches sich mit einem Controller steuern lässt. Und sofern die Leute damit nicht fahren, wie bei GTA 5 oder das Ding mitten auf der Autobahn wird implodiert, steht einem zukünftigen Release nichts mehr im Weg. Nein, TikTok, dieser YouTuber hat nicht die Teile des U-Boots am Strand gefunden. Nein, die Logitech-Aktie ist nicht dadurch gecrasht, was jedoch sehr lustig wäre. Und nein, man hat keine Five Nights at Freddy's Sounds über die Unterwasser-Mikrofone aufnehmen können. Viele Medien redeten auch darüber, dass man doch noch Teile der Körper bergen könnte. Doch möchte ich hier auch nochmal erwähnen, dass alle U-Boot-Insassen gefucking Thanos-snappt wurden und wahrscheinlich nur noch Flüssigkeit von ihnen übrig blieb. Nun, gibt es Gerechtigkeit für die Familien der vier Passagiere, die Stockton Rush umgebracht hat? Nö, weil Verzichtserklärung. Bin jetzt Mitte 20, alles Gute zum Geburtstag, Digga. Mitte 20, gar nichts. Ich werde im April 30, Junge. Denn wie will man bitte ein Gerichtsverfahren gewinnen, wenn man vorher eine Verzichtserklärung mit achtmal dem Wort Tod unterschrieben hat? Außerdem steht Stockton Rush ab sofort auf der Wikipedia-Liste für Leute, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Da steht übrigens auch der russische Ingenieur Valerian Abarkowski, der auf die glänzende Idee kam, ein Propellerflugzeug mit einem Zug zu kreuzen und den Aero-Waggon baute. Nun, starker Wind, 114 kmh Geschwindigkeit, der Wagen entgleiste und… Für die Wissenschaft! Ich dachte mir, ich kann dieses Video nicht beenden, ohne euch das mitgeteilt zu haben. Nun, was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte? Dass dumme Menschen mit viel Geld gefährlich sind? Wussten wir schon. Dass man die Natur nicht unterschätzen sollte? Das wussten wir auch schon. Also, was nehmen wir mit aus einem tragischen Szenario, das so gut wie niemandem auf dieser Welt jemals passiert wäre? Ist es vorbei? Ja. Krankes Video, Digga. Überleg mal, das hat in der Stunde, wo wir das geguckt haben, 100.000 Aufrufe gemacht. Sei es Jules gegönnt, auch mit der Werbeplatzierung und so. Der macht kein Geld mit den Videos über YouTube, weil die alle gelb sind. Krasses, geiles Video, Digga. Ich werde jetzt schlafen gehen, ich muss in 5 Stunden aufstehen. Ich wünsche euch was, wir sehen uns morgen Abend. Und, äh, Kuss. Äh!